Ich bin nun wieder in diesem Artikel zu Äna, den wir in der letzten Lektion erstellt haben. Der wirkt jetzt noch etwas gar nach Buchstabenwüste. Schön wäre natürlich, wenn da noch ein Bild für Auflockerung sorgen würde. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie du ein Bild einfügen kannst. Zunächst einmal müssen wir das Bild hochladen. Vielleicht ist es unter Werkzeuge schon drin, dieser Link hochladen. Falls nicht, klickst du auf Spezialseiten und hier wiederum auf Hochladen. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass du angemeldet bist, sonst hast du nämlich diese Berechtigung nicht. Jetzt wird hier schon gezeigt, wie du das Bild dann einbinden kannst. Das kannst du dir merken. Ich zeige es dir aber nachher auch Schritt für Schritt. Das ist im Moment noch nicht das Thema. Zuerst muss es mal auf dem Web-Server liegen. Hier unten klickst du auf Datei auswählen. Wählst auf dem Schreibtisch oder wo immer dieses Bild aus. Du siehst, es wird automatisch umbenannt mit einem Grossbuchstaben. Rauchende Lava-Felder am Ätner. Und ich klicke auf Datei hochladen. Das kann eine Zeit dauern. Wichtig ist, dass diese Bilder urheberrechtlich nicht geschützt sind. Dass du da auf der sauberen Seite bist. Dieses Bild habe ich selber in meinen Ferien auf Sizilien gemacht. Insofern bin ich also der Inhaber des Bildes und habe das Recht, das hochzuladen und im Internet zu veröffentlichen. So, du siehst, das Bild ist also oben. Wichtig ist, dass du dir diesen Namen merkst. Ätner.jpg. Ich kopiere ihn gleich. Markiere ihn mit der gedrückten Maustaste. Klicke auf Befehl C. Und jetzt suchen wir nach dem Artikel-Ätner. Sind gleich in diesem Artikel. Ich klicke auf Bearbeiten und füge dieses Bild hier ein. Und zwar klicke ich mit der Maus vor den ersten Buchstaben und wähle das Bild-Symbol, Datei-Link, Bild, Doppelpunkt. Hier füge ich mit Befehl V diesen Namen ein. Also er soll das Bild Ätner.jpg einfügen. Und jetzt ist immer das Problem, dieses Bild ist natürlich riesig groß. Das ist etwa 2000 Pixel breit. Also so breit aus dem ganzen Bildschirm. Das sieht doof aus. Deshalb mache ich hier ein Thumbnail draus. Falls du den Code brauchst, wird es unter der Hilfe nochmals beschrieben. Damit die Hilfe jetzt nicht diese Seite verdeckt, halte ich die Befehlstaste gedrückt und klicke auf Hilfe. So wird sie im Hintergrund aufgemacht. Und hier siehst du nochmals genau, was du einfügen musst. Also so sieht nachher der Code aus. Ich kopiere das nach der Dateiname Thumb, wieder dieser Strich und dann Beschreibung. Befehl C. Jetzt ist es im Zwischenspeicher kopiert. Ich gehe zurück zu meinem Artikel und ergänze das. Nach der Dateiendung JPEG klicke ich mit der Maus hinein und wähle Befehl V. Und ich erkläre dir gleich, was das bedeutet. Thumb erstellt einen Daumennagel, also ein verkleinertes Vorschaubildchen. Und wiederum abgetrennt durch so eine senkrechte Linie. Übrigens, diese Linie wird mit Alt 7 gemacht, wie du siehst. Ich lösche es allerdings. Ich brauche nur eine Beschreibung. Hier kommt nun die Bildunterschrift. Also zum Beispiel, rauchende Lavafelder. Und jetzt schauen wir, wie das ausschaut. Mit Vorschau anzeigen haben wir dieses typische Bild mit Rahmen und der entsprechenden Beschreibung. Es ist eigentlich recht einfach. Vielleicht nicht ganz so einfach wie bei Word, wo man es einfach reinziehen kann. Aber das geht eigentlich beim Internet selten so. Trotzdem glaube ich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es doch eine recht brauchbare Lösung. Ja, und natürlich muss ich jetzt diese Seite noch speichern. Und du siehst, wenn ich jetzt da draufklicke, dann wird das Bild groß gezeigt. Mit einem Klick auf Zurück bin ich wieder zurück. Also wie gesagt, ganz wichtig ist, dass du das Recht auf dem Bild hast. Hier solltest du nicht schummeln, sonst bekommen wir Probleme mit dem Urheber des Bildes. Auch hier wieder wünsche ich dir viel Erfolg bei der Bebilderung, bei der Illustrierung deiner Artikel. Ich sage dir, was ich sage, dass ich die judgments dazu habe. Und ich sage dir, was ich sage, was ich sage dir, was ich sage.